hallo und herzlich willkommen im wald und zur deutschen version von meinem bisher einzigen englischen video auf dem kanal ich hoffe das englische hat euch jetzt nicht so sehr schockiert dass sie die deutsche version nicht gucken könnt hintergrund dazu ist einfach dass der felix mit dem ich hier ja ein bisschen zusammen schaffe also felix imler aus der schweiz der mann mit dem taschenmesser aber den kennt ihr ja den kennt ihr wahrscheinlich eher sie mich kennt der macht ihr seine videos auf englisch daher ist es natürlich schön wenn er wenn er dann zu mir weit mich weiter empfiehlt quasi dann auch ich ein video habe was seine leute dann auch verstehen sprich auch auf englisch zumindest halbwegs verstehen so hoffe ich und das ist der hintergrund weshalb ich jetzt auch mal ein englisches video gemacht habe wollte ich sowieso immer mal irgendwie ausprobieren das kann garantiert noch viel besser weil ich bin ja wirklich nicht besonders gut in englisch wie spätestens jetzt bewiesen sein dürfte aber ja ich hoffe es ist noch einigermaßen okay und es ist ja auch nicht sehr lang und dann kann man sich das glaube ich antun ja aber gut das zum hintergrund da sie ist wie gesagt die deutsche version diesen bisschen länger als die englische version auch ein bisschen ausführlicher weil es halt einfach ist das ganzen krempel auf deutsch zu erklären zum hintergrund noch mal kurz der felix hat diverse beim anzünden von ganz oft birkenrinde irgendwann mal wohl die idee gehabt aber das erklärt er in seinem video auch link findet ihr unten ja ganz ganz wichtig unbedingt das original auch angucken hat er die idee gehabt dass es wohl doch noch andere bäume geben muss die das gleiche problem wie die birke haben und das problem auf ähnliche art und weise lösen nämlich irgendwas in die rinde einlagern was da offensichtlich gut brennt was nicht beabsichtigt ist dass das zeug gut brennt ist für die birke kein vorteil dass man gleich vorneweg aber tatsächlich hat der felix vollkommen recht es gibt noch andere bäume die das problem ähnlich lösen oder ihre probleme ähnlich lösen und zeug in die rinde einlagern was dann per zufall auch brennbar ist was ja für viele ein bisschen komplexere chemische verbindungen der fall ist dass man die dann potenziell anzünden kann gerade wenn es bio biologische verbindungen sind also organische moleküle letztendlich bestehen die fast immer aus kohlenwasserstoffen also kohlenstoff ist drin wasserstoff ist drin so und alles wo kohlenstoff und wasserstoff drin ist hat eine gemeinsamkeit zumindest unter bestimmten bedingungen kann man es eigentlich fast immer anzünden so das heißt wer viele dieser moleküle in seine rinde einlagert er hat vermutlich eine brennbare rinde so dass das die birke macht das wissen wir jetzt alle schon seit jahrzehnten das ist überhaupt nichts neues und damit holst du niemanden hinterm ofen hervor dass das auch die kirsche kann kann man wissen wenn man viele survival bücher gelesen hat gerade die aus dem angloamerikanischen bereich raum die erwähnen das häufig weil sie da recht viel kirsche in der pampa rumstehen haben auch viel birke natürlich aber jedenfalls die präsenz der kirsche ist eine andere oder der amerikanischen kirchen muss man sagen darum ist das für die auch ziemlich relevant dass man auch mit kirchen rinde sein feuerchen ganz gut anbekommt das geht bei uns auch nur haben wir halt eben nicht ganz so viel kirche im wald das wird jetzt in letzter zeit mehr so dass es vielleicht nicht ja so mittel relevant für den praxiseinsatz ist aber schön zu wissen auf jeden fall gut und darüber hinaus hat sich der felix jetzt eben gefragt ja da wird es doch vielleicht noch ein paar mehr geben und hat dann rum experimentiert und hat herausgefunden dass unter anderem auch buche tatsächlich zu den bäumen mit brennbarer rinde zählt unter bestimmten bedingungen aber näheres dazu wirklich dem felix ein video angucken das war jetzt nur mal so grob um gewisse einen gewissen background herzustellen was wir jetzt machen wollen ist uns ein bisschen gedanken machen warum brennt denn überhaupt birken rinde so gut und dann versuchen herzuleiten warum denn buchen rinde tatsächlich auch ganz gut brennt unter bestimmten bedingungen möchte ich noch mal dazu sagen so birken rinde die birke ist ein spezieller baum sie ist auch der einzige baum den man so hat zumindest hierzulande wächst die tatsächliche rein weiße rinde aufweist einige haben eine sehr helle wind rinde aber weiß hat tatsächlich niemand außer der birke das ist eine ganz ganz eigenartige besonderheit und die liegt übrigens auch daran da gibt es einen guten grund für dass die birke sich eben darauf spezialisiert hat irgendwo hoch zu wachsen wo der wald gerade weg ist heißt wenn der wald zusammenbricht wegen sturm wegen borkenkäfer wegen feuer wegen egal was dann ist da hinterher ein großes loch im wald und in diesem loch kommt jetzt ein birkensamen angeflogen bzw auf dieses loch die birke hat sehr sehr gut flugfähige samen die weite strecken zurücklegen können bis zu 30 kilometern durchaus möglich und keimungsfähig danach noch nach dieser strecke und dann keimt da die birke so und jetzt hat sie ein problem anders als waldbäume die im wald leben und wald gewöhnt sind und dann auch ein gewisses waldklima benötigen um ihre jungen durchzubekommen um ihre jungbäume aufwachsen zu lassen allen voran die buche ist da ganz stark darauf angewiesen muss die birke jetzt mit einer freifläche klarkommen das heißt sie hat solange es hell ist knalle sonneneinstrahlung und das in einem relativ breiten winter winkel während die sonne von ost nach west wandert und von allen seiten massiv auf die birke drauf scheint da sie noch ein kleiner baum ist hat sie auch keine möglichkeit sich mit der eigenen krone die ja gerne sonne haben soll ja jeder baum mag gerne sonne weil er macht ja fotosynthese in der krone wohlgemerkt nicht im stamm ja daher ist die krone bei so einem kleinen baum eben noch zu klein um den stamm abzuschatten so und jetzt lass dir was einfallen da gibt es verschiedene möglichkeiten entweder machst du eine ganz ganz dicke borke die dann uv strahlung abbekommt die äußerste schicht der borke wird von der uv strahlung gekillt aber da die borke so dick ist kommt da immer unten noch neues material hinterher und da kriegt die uv strahlung die borke einfach nicht kaputt macht man das so dann hat man allerdings einen gewissen verbrauch an borke und muss da ständig recht schnell borke nachliefern damit die borke auch immer schön intakt bleibt also man das ist häufig so bei bäumen mit einer schubbigen borke zum beispiel bei der fichte die hat so borken schuppen die schmeißt sie dann außen hin und wieder mal ab wenn sie alt geworden sind wenn der baum dicker wird sprengt er sozusagen seine schuppen ist ein bisschen wie in sich heute das reptil kann man sich ungefähr so vorstellen die schuppen fliegen runter und von innen werden nach und nach neue schuppen rausgedrückt die dann die alten schuppen auch abspringen lassen und dann wird unten drunter eine etwas jüngere neuere schuppe sichtbar und wenn die abfliegt wird die nächste noch jüngere schuppe sichtbar und wenn die abfliegt wird noch mal eine jüngere noch schuppe unten drunter sichtbar und irgendwann sind die schuppen alle weil es zu schnell gegangen ist oder sofern es langsam genug geht kommt immer wieder eine neue schicht sogar schuppen unten drunter hinterher ja vorteil die äußeren schuppen die können ruhig kaputt gehen die bestehen aus einem toten korg artigen material bei der eiche sogar wirklich aus korg bei anderen bäumen auch so was ähnlichen wie korg und sind dadurch dass sie tot sind automatisch uv resistent weil was macht uv strahlung die killt lebendes gewebe ja und was ist dann der vorteil wenn man totes gewebe hat töter als tot kann das nicht werden und das ist der große trick weshalb eben solche bäume kein großes problem mit intensiver sonneneinstrahlung auf den stamm haben da kann kein ufer kein sonnenbrand letztendlich das nennt man dann auch wirklich bei bäumen auch sonnenbrand wenn sie damit dann doch ein problem haben kann das nicht entstehen ja und die birke löst diese sonnenbrand problem dieses potenzielle eben nicht mit einer dicken borke die ständig erneuert werden muss was teuer ist weil man dauernd neue schuppen nach produzieren muss ja die schuppen müssen ja auch aus irgendwas gebildet werden sondern die klatscht sich eine sehr sehr lang haltende rinde außen dran und jetzt muss man auch den begriff rinde und borke mal ein bisschen differenzieren so ganz grob können wir sagen eine borke ist so was schuppiges mit totem material und eine rinde ist meistens ein lebendes material das über einen langen zeitraum am leben erhalten wird und sich nach und nach erneuert beziehungsweise in manchen fällen wenn der baum dann wirklich ganz schnell dick wird hin und wieder auch eben von unten raus neues material nachgeliefert wird und dann stirbt die äußerste schicht auch ab aber solange die noch nicht abgestorben ist ist sie noch lebendig und das ist halt eben ein unterschied zum zum beispiel der fichte die nur mit totem material im äußeren borken bereich arbeitet sonst hat man das nicht hat man eben eine rinde prominentester baum mit rinde ist die buche und die buche hat behält sogar ihre rinde ihr leben lang das heißt die stirbt nie ab und wird nie erneuert sondern es ist immer dieselbe die wird die kann auch mitwachsen dadurch dass sie ständig am leben ist muss sie auch nicht einreißen wenn der baum zu dick wird und der gürtel gesprengt wird sozusagen sondern wächst einfach mit und funktioniert ein bisschen also über 7000 millionen ecken kann man sich das vielleicht so assoziieren wie unsere haut die ja auch durchaus ziemlich dehnfähig ist wie jeder weiß der corona größtenteils auf dem sofa verbracht hat gut also die corona lockdown phase nicht unbedingt die krankheit an sich gut jetzt hat diese buchenrinde dadurch dass die ihr leben lang lebendig bleibt hat jetzt das problem dass wenn da die sonne volle kanne drauf knallt dann ist das leben des gewebe und leben des gewebe kann eben sehr wohl tot begehen und das führt dazu dass eine buche die wirklich massiv sonne auf den stamm bekommt sonnenbrand kriegt und im schlimmsten fall färbt sich die borke dann schwarz fällt ab und ist tot und damit auch der baum weil wenn dem die hälfte seiner borke von ungefähr auf der hälfte der stamm sonne abbekommt wenn sonne da ist fehlt dann keine chance mehr das überlebt eine buche nicht so die buche steht aber normalerweise im schatten also kein problem soll jetzt kommt unsere birke und stellt sich mitten auf die freifläche hat nirgendwo irgendwie schatten kriegt volle kanne licht ab und hat sich daher überlegt ja dann mache ich mich doch einfach weiß dann reflektiere ich 90 prozent vom licht was da so einkommt ankommt teilweise auch 95 prozent je nachdem wie man fragt und wo man misst und unter welchen bedingungen und habe dann auch kein problem mit uv-strahlung so und wie mache ich mich weiß oder muss ich irgendeinen weißen farbstoff in die birke in die rinde einlagern so und was nehme ich da na vermutlich irgendwas was ich in großen mengen recht einfach produzieren kann und was hat sie zu dem zweck erfunden oder was hat die natur zu dem zweck erfunden betulin benannt nach betula pendula unserer hänge birke beziehungsweise der am weitesten verbreiteten european beach beach nach was weiß ich beach ist ja buche mit den engen ich habe eben versucht den ganzen quatsch auf englisch aufzunehmen aber baumnamen auf englisch krampf warum haben die denn so furchtbare namen liebe engländer lasst euch doch mal vernünftige baumnamen einfallen so jedenfalls die europäische birke so wie der engländer sie nennen würde das ist halt eben die nach der dieser stoff benannt ist so und jetzt betulin ist weiß ja das ist schon mal eine wichtige eigenschaft und wo daraus besteht das jetzt 30 kohlenstoffen 50 wasserstoffen und zwei sauerstoffen was davon ist selten was davon ist teuer gar nichts weil wasser spalten tut man im laufe der fotosynthese sowieso wenn man eine pflanze ist das heißt man hat sowohl wasserstoff als auch sauerstoff problemlos zur verfügung und wo kriegst den kohlenstoff her ja auch ein fotosyntheseprodukt kohlenstoff nehmen co2 nehmen sie ja sowieso über die blätter auf um überhaupt fotosynthese machen zu können und ja in kombi mit der tatsache dass das da also insgesamt universell überall verfügbar ist lässt sich für so eine birke betulin sehr sehr einfach in großen mengen bilden und das macht sie auch in vergleichsweise großen mengen bis sie eben eine komplett weiße birke hat so jetzt ist also betulin ein klassischer kohlenwasserstoff genau genommen ein triterpen ein pentazyklistisches triterpen furchtbares wort auf englisch noch schlimmer und zeichnet sich dadurch aus dass es diverse ringe hat genau genommen fünf bis sechs irgendwie sowas und hat als solches ein haufen kohlenstoffer die da hintereinander hängen in ringform und wenn du das jetzt anzündet dann wird dann nach und nach ein kohlenstoff abgespalten noch einen kohlenstoff abgespalten und noch einen kohlenstoff abgespalten und das passiert so lange und jedes mal wenn einer abgespalten wird wird energie in form von hitze frei dass das eine ganze weile brennt so ein betulin und darum nicht weil die birke unbedingt gerne super brennbar sein möchte von der rinde her sondern weil das halt nun mal ein unerwünschter nebeneffekt ist ist betulin durchaus sehr sehr gut brennbar andere kohlenwasserstoffe sind genauso brennbar und betulin ist auch nicht viel besser brennbar als andere ähnlich große kohlenwasserstoff moleküle hat nichts was jetzt besonders die brennbarkeit befördern würde außer eben die tatsache dass in birkenrinde wirklich viel betulin drin ist und weil betulin ein verdammt großes molekül ist mit 30 kohlenstoffatomen und dazugehörigen wasserstoff ist es viel zu groß um in wasser gelöst werden zu können bzw wasser kann da auch nicht durchdringen wenn du eine schicht betulin auf der rinde hast das macht das zeug auch wasserdicht und das heißt birkenrinde brennt auch nass also heißt es zumindest für uns jetzt als anwender im waldbereich so triterpene sowie betulin sind durchaus nicht selten im pflanzenbereich die gibt es in jede menge pflanzen und haben verschiedenste funktionen meistens tatsächlich irgendeine feindabwehr eine antibakterielle oder antivirale funktion das kann betulin übrigens auch antibakteriell oder antiviral sein sofern du das betulin auch direkt zu der entsprechenden bakterie und zu dem entsprechenden virus hinbekommst das ist ein größeres problem darum reicht auch nicht birkenrinde zu fressen dann bist du alle bakterien los sondern das müsste dann ja auch direkt hinkommen heißt du hast ein ein hirn bakterium und frisst birkenrinde dann landet die trotzdem nur im magen und nicht im hirn bzw der körper weiß dann nicht zwingend wo jetzt die betulin inhaltsstoffe dass er die jetzt ins hirn transportieren sollte vom magen aus darum ist das nicht ganz so trivial zwar hat diese eigenschaften wirkt aber nicht unbedingt zwingend zum beispiel eben durch verzehr dann auch wirklich entsprechend so jetzt was wollte ich jetzt sagen genau also betulin ist ein stoff zum erhalt der rinde zur abwehr von allem möglichen und so weiter und so fort da es ein triterpen ist und alle triterpene per se erstmal prinzipiell brennbar sind könnten wir jetzt auf die idee kommen nach anderen bäumen zu suchen die auch triterpene in größeren mengen ihrer rinde einlagern und schwuppdiwupp haben wir vielleicht ein paar rinden gefunden die auch noch brennbar sein könnten wenn man jetzt so jemanden kennen würde der in der schweiz gerne rinden anzünden und das ausprobiert aber ja hat er ja schon gemacht das entsprechende video sollte ja auch schon online sein zu den anderen rinden mache ich auch noch was aber jetzt geht es erst mal um die buchen rinde und im vergleich mit der birken rinde und dann kommen wir nämlich auch zur buchen rinde hat die verschiedene triterpene in ihrer rinde mit sicherheit hat sie davon so viele dass die rinde deswegen super brennbar ist nee das hat sie jetzt wiederum nicht insbesondere nicht die dicke rinde die wir am stamm finden können aber folgendes problem ja die dicke rinde am stamm die mag ja ein lebendes gewebe sein aber sie ist schon auch ein gewissermaßen relativ dick und allein die dicke und die mechanische härte der rinde nur weil die lebt ist ja nicht weich wer schon mal gegen die buche gerannt ist weiß dass die sorgt schon dafür dass das relativ gut abgeschottet ist der stamm und da ist es nicht notwendig riesige mengen potenziell brennbarer giftstoffe in die rinde einzulagern damit sie überhaupt erst mal dicht wird und erst mal irgendwelche feinde abwehren kann das ist bei der wirklich sehr dünnen birken rinde wie jeder weiß der sie mal vom baum gekratzt hat er schon viel 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 eher nötig ja also die hat keinen mechanischen schutz wirklich gar keinen das ist ja wirklich hauchdünn das zeug sondern kommt wirklich nur mit der chemischen abwehr sozusagen auf einen halbwegs stabilen baum das heißt wenn wir irgendeine birken rinde haben quatsch eine buchen rinde haben wollen die möglicherweise brennbär sein könnte dann muss es eine ganz ganz dünne schicht von buchen rinde sein bei der es noch notwendig ist aufgrund der fehlenden mechanischen stabilität er auf chemische stabilität sozusagen auf giftstoffe in der rinde zu setzen um eine abwehr gegen fressfeinde zu haben so und wo finden wir jetzt rinde die mechanisch anfällig ist an der buche ja haben ganz dünnen zweig weil ein sehr sehr dünner zweig kann noch keine super dicke rinde haben beziehungsweise ja doch rinde ist korrekt ich wollte schon borke sagen jetzt bin ich schon ganz verwirrt hier und das führt dazu dass wir halt da dann das gleiche problem haben wie die birke am gesamten baum hat nämlich da muss chemisch dafür gesorgt werden dass da keiner durch die rinde durchkommt so und jetzt hat die buche ein nach ihr benanntes gift das nennt sich fargin das wusste ich auch schon lange dass sie dieses gift hat dass das zeug aber bombemäßig brennbar ist das wusste ich noch nicht und das haben wir jetzt felix zu verdanken dass er sich damit eben beschäftigt hat und dann mal nachgefragt hat und dann bin ich nach einigen hin und her und einigen recherchieren wirklich darauf gekommen dass das eigentlich nur das fargin sein kann der buche dass die da auch in ihre jungen rinden an den jungen zweigen einlagert als eben abwehr von möglichen fressfeinden das ist nämlich giftig davon abgesehen und wenn man sich die molekül struktur von fargin mal anguckt dann stellt man fest ich blende euch das mal ein das sieht nahezu aus also ich hoffe ich blende es euch ein wenn ich google mal wenn ich vergessen sollte aber naja ich muss ich sollte schon dran denken schreibt mir in die kommentare nicht vergessen habe dann blende ich das nächste mal ein und ja das sieht quasi aus wie ammoniak ammoniak ist ja NH3 NO3 nee das ist doch jedenfalls ist fargin fast genauso aufgebaut nur halt eben noch jeweils mit dem kohlenstoff vor den haars sozusagen und hat eine ganz ähnliche molekül strukturen als solches hat es auch recht ähnliche chemische eigenschaften ist ab 2,9 grad glaube ich gasförmig unterwegs das ist übrigens noch interessant und wenn du es als gas tatsächlich schaffst in größerer menge zu sammeln was schon geht insbesondere bei fäulnisprozessen von buchenholz zum beispiel also nehmen wir mal an wir haben einen riesigen plastiksack und schmeißen da ganz viele dünne buchenzweigchen rein mit rinde und machen diesen plastiksack dann luftig zu dann haben wir da irgendwann in dem plastiksack vielleicht sogar eine gewisse chance dass sich da eine gewisse menge fargin drin ansammelt in gasform und wenn wir den sack dann anzünden dann macht es vielleicht sogar peng ja weil das zeug ist sogar explosiv als gas allerdings die mengen die da bei buchenrinde drinstecken sollten eigentlich kein großes problem sein jetzt wenn das ein gas ist wichtig wie kann denn das gas bitteschön in der rinde enthalten sein oberhalb von 2,9 grad verdampft das ja sofort und ist weg könnte man jetzt meinen ja ist auch so aber ist auch wasserlöslich das heißt das ist in der rinde in form von einer in flüssiger form mit wasser assoziiert dissoziiert in wasser genau genommen in der rinde gespeichert eine zeit lang ja und wenn die rinde abstirbt dann wird sie zunächst mal ein bisschen ab sich abschälen und wird dann nach und nach auch leicht brennbar ja und dann irgendwann ziemlich brennbar und danach geht die brennbarkeit auch wieder zurück weil nach dem absterben der rinde verflüchtigt sich nach und nach immer mehr das vergehen das heißt ist die rinde schon zu alt ist kaum noch welches drin ist die rinde noch zu frisch abgestorben ja dann ist halt noch nass grundsätzlich brennt vergehen also vergehen gesättigtes wasser sage ich jetzt mal das brennt auch solange es noch wasser in anführungszeichen ist drum hatte felix ja auch in seinem video bewiesen kann man die rinde auch ein bisschen nass machen und hinterher zumindest mit dem feuerzeug immer noch anzünden von buchen das geht schon weil das vergehen an sich wirklich sehr sehr gut brennbar ist aber das ist so der eine knackpunkt und vielleicht so ein bisschen was was man im hinterkopf behalten sollte sie muss eine gewisse frischheit haben die junge buchenrinde damit sie richtig richtig gut brennt nicht zu frisch sein damit nicht mehr zu viel wasser drin ist aber auch nicht so alt dass eben sämtliches vergehen schon raus gedampft ist und dann bietet sich natürlich auch an eben die rinde der nicht ganz 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 dünnen zweige zu nehmen weil da kriegt man einfach entsprechend wenig rinde bei rum so die der mitteldicken zweige sagen wir mal bleistift bis mittelmäßig dicker finger sowas um den dreh das sind so die zweige nach dem bevorzugsweise wahrscheinlich suchen werden aber praktische erfahrung dazu was am besten brennt kann ja jeder auch selber gerne für sich sammeln und einfach mal ein bisschen rumexperimentieren das empfiehlt auch felix der hat es ja genauso gemacht dass man da einfach wirklich selber mal ein bisschen am experimentieren ist also vom wissenschaftlichen hintergrund her ist es wirklich die rinde zwischen noch zu nass und zwischen zu lange trocken die wir brauchen und die dünn genug ist dass der baum da überhaupt nennenswert vergehen eingelagert hat weil sie keinen mechanischen schutz besitzt so so jetzt lauschen wir bitte noch andächtig meiner munteren checkliste verbrennbarer rinden acht und die liste ist munter das bedeutet die ersten vier punkte sind völliger quatsch die könnt ihr ignorieren nach dem absatz geht es dann mit dem sinnvollen zeug los nämlich erst mal eine dicke rinde die gut brennt ich kenne keine einzige seite man liegt sie vorher in harz ein oder solche späße aber normalerweise sollten die eigentlich alle unbrennbar sein wenn in dünnen rinden nichts besonders brennbares drin ist dann kann man sie trotzdem anzünden einfach weil sie eine super dünne rinde ist und pflanzenbiomasse grundsätzlich brennbar ist das darf man auch nicht vergessen das heißt ihr habt nicht unbedingt eine besonders gut brennbare rinde gefunden nur weil es geschafft hat ein dünnes stück rinde anzuzünden das funktioniert bei so ziemlich jeder wie gesagt pflanzlichen biomasse solange die nur dünn genug ist das ist auch der grund weshalb man sein lagerfeuer ja auch zuerst dünne stöckchen reinschmeißt und dann erst später die dicken je dünner eine schicht von brennbarem material desto einfacher ist es zu entzünden sprich ein blatt papier ist deswegen toll brennbar weil es halt super dünn ist nicht unbedingt nur deswegen weil es halt aus holz ist so viele brennbaren rinden sind sehr mühsam zu sammeln das kann man ganz wunderbar noch mal beim felix sehen der muss ja teilweise mit dem taschenmesser chingen erst mal die äußerste schicht freilegen und bast und cambium entfernen um da überhaupt nennenswert eine dünne brennbare schicht hinzubekommen das heißt diesen aufwand zu betreiben und damit ein ganzes feuer anzubekommen und das gegebenenfalls sogar mehrfach das ist vielleicht ein bisschen schwierig so und gut geeignet sind vor allen dingen auch bäume deren rinde mit der zeit aufspringt und sich aufrollt das habt ihr garantiert schon mal gesehen an der kirche das habt ihr garantiert auch schon mal gesehen an der birke je nachdem was das für eine birke ist kann man ja die rinde da ganz bequem abziehen weil sie ja wirklich schon seitlich aufgesprungen ist und dann kreis rund um den baum abgezogen werden kann natürlich nur bei toten bäumen oder umgefallen in gerade frisch gefällten bäumen die sind zwar streng genommen noch nicht tot aber werden sind zu kürze sein das heißt auch da kann man sich selbstverständlich bedienen außerdem gibt es das bei vielen dornigen sträuchern das sind auch meistens kirschen bzw rosen verwandte aber merkt euch einfach dornigen strauch dann die birke sowieso das ist ja nichts besonderes das gilt übrigens auch für andere birken wie zum beispiel die japan birke oder irgendwelche sonstigen exotischen birken irgendwo woanders auf dem planeten kann man ja auch noch birken finden und die sind auch alle sofern sie dann eine weiße rinde haben hervorragend brennbar paar ausnahmen gibt es betulanana das ist die nordbirke kleinster baum der welt zu finden auf grönland nordskandinavien kanada etc pp und die brennt nicht ja die ist eine ausnahme so und ansonsten grundsätzlich habe ich ja schon gesagt alle rosenartigen haben fast immer irgendwelche inhaltsstoffe überall in der gesamten pflanze eingelagert auch in der rinde die da müsste eigentlich fast was brennbares dabei sein ja die rosen sind unter den pflanzen somit die krassesten chemiker so und nahe verwandte der birke können auch brennbar sein das wäre zum beispiel bei heimbuchen rinde zu erwarten das weiß ich aber nicht probiert selber aus und erlenrinden da meinen wir auch also auch der felix und ich meinen da auch schon bereits den ersten oder anderen kleinen erfolg gehabt zu haben wenn man dann brauchbar drankommt erlen sie gehören auch zu dem betula 10 über ein paar ecken also zumindest mindestens über ein paar ecken mit dem birken verwandt und dementsprechend kann man da auch vielleicht erwarten dass die brennen so und der letzte spruch ist natürlich wieder blödsinn und damit haben wir es auch und ich hoffe das war jetzt auch ausführlich genug und nicht allzu lang das war mir nämlich wichtig dass meine englische version nicht 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 nur ein viertel so lange ist wie die deutsche ich hoffe das stimmt jetzt einigermaßen drum machen wir jetzt an der stelle auch schnell schluss ich bedanke mich ganz herzlich vor allen dingen noch mal beim felix für die kooperation nennt man das glaube ich und für den tollen tag in der schweiz das war wirklich super lustig da hatten wir glaube ich alle drei meine frau auch dabei hatten wir da viel spaß und 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 mehr fällt mir gerade nicht ein also macht's gut bis zum nächsten mal tschüss